So, man sieht, ein junger Mann steht an der Haltestelle. Eine Dame kommt auf ihn zu. Sie kennen sich noch gar nicht, aber sie hat einfach die Hand ausgesteckt. Wenn eine Dame jemandem die Hand reicht, dann darf ein Herr natürlich auch die Hand geben. Es ist natürlich so eine Frage, ob eine Dame überhaupt einen fremden Herrn ansprechen darf. Heutzutage in diesem Alter natürlich relativ unverfänglich. Man muss schon als Dame sich das gut überlegen, wie man das macht und bei wem man so etwas macht, damit das nicht missverstanden wird. Dann sieht man, der Abstand zwischen den beiden ist ein wichtiger Faktor. Das ist bei uns so 40 bis 60 cm. Das ist für uns ein angenehmer Abstand. Die Körperhaltung, er hat beide Hände in den Hosentaschen. Das wirkt auf manche Leute cool, leger, locker. Auf andere wieder ungehobelt, respektlos und vor allen Dingen manchmal auch schüchtern. Man hat irgendwie was zu verbergen, ist unsicher. Deshalb auch gut aufpassen, was man mit den Händen genau macht. Wir haben gesehen, Handschuh wurde am Anfang ausgezogen. Aber das Allerwichtigste bei uns, wenn man so diese Konversation einmal betreibt, wenn man überhaupt auf jemanden zugeht und den begrüßt, ist der Blickkontakt. Und die beiden haben nun offenbar vereinbart, sie gehen irgendwo hin, überbrücken die Wartezeit bis zum Bus.